Wir sind liebliche Menschen, wir kommen ohne Rappen, wir kommen in Liebe, in Liebe und ohne Zeit. Wir fordern euch auf, die Strasse einzustellen. Wir fordern euch auf, habt ihr Lust von uns, denn wir, wir sind das Volk, wir sind ja nur eh. Wir kommen in lieblichen Abdeckung, wir sind nicht mit ungewachtem, wir sind alle für eine große Menschheitsfamilie und wir kommen hier mit lieblichen Abdeckung, in Liebe, für die Weltfrieden, für die Freiheit. Denn von Deutschland aus soll der Weltfrieden kommen, auch ihr Mittern, dass die Leute enthältlich springen können und zwar nur, wenn ihr uns letztendlich macht, deswegen wollen wir euch auf, ab und zu uns in die Freiheit. Und fragt euch mal, warum ihr hier steht. Wir haben das Volk, wir sind hier. Könnt ihr das mit euren Gewissen? Macht euch mal Gedanken darüber. Könnt ihr gew evacziehen? Wir holen euch auf, Polizisten und Polizisten, und beenden die Staaten. Ihr könnt das tun. Ihr könnt einfach den Kraft wegmachen und den Staaten beenden. Denn wir sind der Tue. Wir sind der Souverän. Wir sind alle friedliche Menschen mit freiem Willen. Und wir machen diese Diktatur hier nicht länger mit. Wir fordern euch auf, zu demonstrieren. Ich glaube, das ist zu beenden. Denn ich bin mir ganz sicher, dass ihr das auch nicht mit eurem Gewissen vereinbaren könnt, was ihr abläuft. Denn das ist eine totale Diktatur. Und wir wollen das nicht. Wir freien Menschen entscheiden uns mit unserem Willen dagegen. Warum macht ihr das? Warum seid ihr hier? Für die Lohnsicht. Wir heulen ein. Wir heulen 10,50 Euro. Aber das soll ich beantworten. Überlegt mal, ob ich das los. Warum macht ihr das? Ihr habt alle einen Eis geschworen. Einen Eis, das deutsche Volk zu schützen. Und was ihr macht, ist genau das Gegenteil. Wir führen uns in die Versklavung. In die Verkästung. Wir heulen auf. Wir leiden uns in der Versklavung. Und wir fordern euch auf. Die Kirche ist in der Kirche, in der Kirche. Norddeutscher Rundfunk 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 Ich weiß, du hast mich ja angeschrieben, mein Telegram aufgerufen war, genau. Ich weiß, du hast mich ja angeschrieben, ich weiß, du hast mich ja angeschrieben, ich weiß, du hast mich ja angeschrieben. Ich weiß, du hast mich ja angeschrieben, ich weiß, du hast mich ja angeschrieben, ich weiß, du hast mich ja angeschrieben. Ich weiß, du hast mich ja angeschrieben. Ich weiß, du hast mich ja angeschrieben, ich weiß, du hast mich ja angeschrieben, ich weiß, du hast mich ja angeschrieben. Ich weiß, du hast mich ja angeschrieben, ich weiß, du hast mich ja angeschrieben, ich weiß, du hast mich ja angeschrieben. Ich weiß, du hast mich ja angeschrieben, ich weiß, du hast mich ja angeschrieben, ich weiß, du hast mich ja angeschrieben. Ich weiß, du hast mich ja angeschrieben, ich weiß, du hast mich angeschrieben. Ich weiß, du hast mich, das ich angeschrieben habe, ich weiß, du hast mich ja angeschrieben. Wir wollen den Schienen und wir wollen den Schienen suchen, wer nicht in kommen. Wir wollen den Schienen und wir wollen den Schienen suchen. Wir wollen den Schienen suchen und wir wollen den Schienen suchen. 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 Das war's für heute. Das geht, das geht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020